Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video zum Erdbebenschwarm in Griechenland. Wir haben den 10.02.2025. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wieder ein interessantes Video heute und zwar nachdem mein gestriges Video so gut gelaufen ist und ein wirklich großes Publikum erreicht hat, würde ich euch heute sehr, 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 sehr gerne noch einmal die Erdbeben etwas näher bringen, um die es hier geht, um diesen Erdbebenschwarm. Sind sie tektonisch? Sind sie vulkanisch? Es sind ja so zwiegespaltene Meinungen da draußen und viele von euch haben jetzt auch Angst da draußen, dass es jetzt dort zu einem Vulkanausbruch kommen könnte oder zu einem noch größeren Erdbeben, welches dann einen Tsunami zur Folge hätte und darüber werden wir uns jetzt in diesem Video unterhalten. Ich möchte euch zu Beginn des Videos einmal ganz genau, beziehungsweise so genau wie möglich und vereinfacht wie möglich den Unterschied zwischen magmatischen Erdbebenschwärmen erklären und tektonischen Erdbebenschwärmen. Wir haben hier einen Text, den werde ich euch jetzt gleichzeitig auch ablesen, den blende ich euch aber auch ein. Wir haben hier Unterschiede und Dauer. Magmatische Erdbebenschwärme können plötzlich beginnen und oft mit einer Bodenhebung oder anderen vulkanischen Signalen, zum Beispiel Gasfreisetzungen einhergehen. Dann haben wir die tektonischen Erdbebenschwärme, können sich über Wochen oder sogar Monate hinziehen, so wie wir das jetzt auch hier erleben aktuell, wenn sich die Spannungen entlang einer Störung langsam abbauen. So, und hier haben wir jetzt diesen gewissen Unterschied, warum ich davon ausgehe, dass wir hier noch mehr tektonische Erdbeben haben. Ja, das typische Muster. Klar haben wir eine detektierte Bodenhebung auf der Insel Santorini hier unten. Da hatten wir jetzt insgesamt drei Zentimeter Bodenhebung, laut meines letzten Kenntnisstandes. Und wir haben hier bei der Insel Anydros ein Bild gesehen, das blende ich euch jetzt gerade noch mal ein, wo man sehen konnte, dass sich hier sehr wahrscheinlich das Land auch angehoben hatte. Denn der Meeresspiegel ist hier um 50 Zentimeter abgesunken, scheinbar. Und wenn man das Ganze, ich blende euch jetzt gleich die Erdbebenkarten hier mit ein, und die legen wir dann auch übereinander und sehen uns den Unterschied von vor einer Woche an und den Unterschied jetzt von den letzten zwei Wochen. Da hat sich schon ordentlich was getan, das blende ich euch jetzt gleich ein. Und ich gehe jetzt deswegen hier noch von tektonischen Erdbeben aus, da sich dieses Erdbebenmuster, welches wir auch gleich auf den Karten erkennen können, ja, es sieht halt wirklich noch mehr tektonisch aus. Und auch die Dauer des Erdbebenschwarms lässt mich hier tatsächlich noch ein bisschen grübeln. Aber ich schließe es hier an dieser Stelle nicht aus, dass diese tektonischen Erdbeben auch vulkanische Erdbeben auslösen können. Das bedeutet, wenn sich durch diese massiven Erdbeben, die wir jetzt aktuell dort unten haben, das Gestein weiter auflockert, die Störungszonen getriggert werden, ja, dass hier auch unterschiedliche Druckverhältnisse entstehen. Das heißt, dass im Allgemeinen auch unterschiedliche Drücke unten im Bereich der Magmakammern der Vulkanen, hier zum Beispiel vom Vulkan Kolumbus und von dem Vulkan Terra auf Santorini, dass sich hier durch diese Erdbebenschwärme massive Druckunterschiede entstehen können, ja, und dass es dann dadurch auch zu vulkanotektonischen Erdbeben kommen könnte und dass dadurch dann eventuell auch ein Vulkanausbruch resultieren könnte. Da stecken wir aber allerdings nicht drin. Ich sehe hier aktuell keine Veränderungen des gesamten Erdbebenschwarms, so dass man davon sprechen könnte, okay, hier könnte jetzt doch was Vulkanisches im Gang sein. Ja, wir haben, wie jetzt gerade auch in dem Beispiel genannt, dass bei magmatischen Erdbebenschwärmen auch noch, ja, andere vulkanische Signale eigentlich freigesetzt werden müssten, ja, wie jetzt hier zum Beispiel die Gasfreisetzung, was ich aber jetzt hier allerdings noch nicht zu diesem Thema gefunden habe und auch noch nichts wirklich dazu gelesen habe, ja, und ich sehe hier wirklich noch andere Gefahren. Aber das ist jetzt erstmal so das Grundprinzip, warum ich denke, dass wir hier noch mit tektonischen Erdbeben zu tun haben. Ja, und wir haben hier, dazu scrolle ich jetzt noch einmal weiter raus, wir haben hier im Süden diese Tiefseegräben. Wir haben hier einmal, das muss ich jetzt gerade ganz kurz, genau, den Strabo-Graben, dann haben wir den Hellenischen Graben, dann haben wir den Plini-Graben und diese Tiefseegräben, die können anhand einer Subduktionszone entstehen. Dazu blende ich euch jetzt gerade hier einmal eine Grafik ein. Darauf könnt ihr sehr, sehr schön erkennen, anhand unten links bei der Grafik, wie sich die afrikanische Platte unter die eurasische Platte gräbt und direkt auf der Höhe von Santorini dann hier oben, hier in diesem Vulkanbogen, den es hier gibt, das ist einmal da, der südergärische Vulkanbogen, wie sich dann genau an diesen Stellen, ja, das Magma durch diesen enormen Druck, der unten durch diese Subduktion entsteht, nach oben gedrückt wird und den Vulkanismus in diesem Vulkanbogen quasi antreibt. Ja, deswegen haben wir auch aktuell so dort einen schon recht extremen Vulkanismus und diese Erdbebenschwärme, die jetzt dort entstehen, dazu blende ich das jetzt hier einmal aus, diese Erdbebenschwärme. Jetzt kommt dieser gewaltige Unterschied, von dem ich eben gesprochen habe, von den einzelnen Erdbebenkarten. Ich habe vor einer Woche einmal diese Karte hier eingeblendet. So sahen die Vierer- und Fünferer Erdbeben und auch Dreierer Erdbeben noch von vor gut, ja, vor einer Woche aus. Dann habe ich jetzt heute nochmal für den Rückblick von zwei Wochen eine Erdbebenkarte, ja, eingeblendet hier. Das ist einmal diese hier und hier könnt ihr schon einen gewaltigen Unterschied sehen. Ich blende euch das jetzt hier mehrmals ein und aus. Diese schärferen Erdbeben, die ihr jetzt gerade hier erkennen könnt, die jetzt gerade hier aufblinken, ja, das sind jetzt, das ist eine neue Grafik von Volcano Discovery, das haben die jetzt ein bisschen abgeändert, aber hier könnt ihr jetzt diesen Unterschied sehen. Die Insel, diese kleine Insel an Nydros, die ihr hier erkennen könnt, wo wir auch diese Landhebung feststellen konnten auf dem Bild, befindet sich genau mitten in diesem gewaltigen Hotspot. Seht ihr, wie das hier sich rot einfärbt? Das sind so gewaltig viele Erdbeben, die kann man schon fast alle gar nicht mehr zählen. Also wenn es diese Grafiken hier von Volcano Discovery nicht gäbe oder sowas, da würde man sowas von durcheinander kommen. So, und jetzt aktuell sieht das halt, wie gesagt, so aus. Und deswegen gehen auch einige davon aus, dass sich jetzt hier mittlerweile ein sogenannter Dike gebildet haben könnte, ja, und dass es jetzt dort zu einem Magmaaufstieg kommt und dass dort diese Störungszonen und dieses vulkanische System von diesem Vulkan Kolumbos dadurch aktiviert wird, ja, und dass es dann letztendlich vielleicht doch zu einem Vulkanausbruch kommt. Aber hier sind, wie gesagt, diese Meinungen sowas von Zwiegespalten, dass ich mir mittlerweile auch unsicher bin, könnte es doch vulkanisch schon sein oder ist es tektonisch? Ja, es gibt aber, wie gesagt, diese einzelnen Indizien, die ich zu Beginn des Videos erwähnt habe, warum ich davon ausgehe, dass dies hier noch vulkanische, also tektonische Erdbeben sind. Wir haben nämlich hier, diese Grafik kennt ihr auch schon aus meinen vergangenen Videos, das hatte ich auch gestern in meinem Video. Das Video von gestern würde ich euch wirklich empfehlen, euch mal anzuschauen, ist wirklich hochinteressant. So, und wir haben hier einmal die Störungszonen. So, und jetzt wird es interessant. Bleibt bitte dran und schaut euch das unbedingt an. Ihr könnt es euch auch sehr, sehr gerne abspeichern. Ja, dazu scrolle ich jetzt einmal ein wenig raus. Wir haben hier insgesamt, sind das jetzt sechs einzelne Störungszonen. Ja, also sechs einzelne Störungen. Wir haben hier die Loss-Störung, dann haben wir hier die Anidros-Störung, dann haben wir hier die Aniphi-Störung, hier ist die Asrypalea-Störung, dann haben wir hier die Amorgos-Störung. So, und das ist ein Gebiet voller Störungszonen. Da, wo sich Gesteinsmassen im Untergrund sehr, sehr stark verschieben. Es gibt Gesteinsbrüche über diese Länge und wo sich Gesteinsschichten übereinanderlappen. Das kommt angetrieben durch die Subduktionszone der Afrikanischen unter die Eurasische Platte. So, und deswegen ist dies hier auch mittlerweile ein so erdbebenreiches Gebiet. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieser tektonische Erdbebenschwarm hier über mehrere Wochen bis Monate tatsächlich andauern könnte. Dazu lege ich jetzt einmal, jetzt wird es interessant, schaut euch jetzt mal das an hier. Das ist jetzt die aktuelle Erdbebenkarte, die ich von Volcano Discovery für die letzten zwei Wochen eingeblendet habe. Hier seht ihr die aktuellen Vierer- und Fünferer-Erdbeben drauf, sind jetzt nicht einzeln beschriftet, dann würden wir hier gar nichts mehr sehen. Aber wenn ich jetzt hingehe, jetzt schaut euch das mal an, ich öffne jetzt hier die Eigenschaften dieses Pylons und dann könnt ihr erkennen, wenn ich das Ganze jetzt mehr transparentiere, seht ihr genau, dass der Kreis hier, wo die Anydros-Störung mit eingekreist ist, dieser Erdbeben-Hotspot ist. Also bin ich mir sehr sicher, dass diese Störung, diese Anydros-Störung hier, jetzt sich dadurch zum Teil aktiviert hat, dass diese gewaltige Subduktion, ich gehe ja davon aus, dadurch, dass wir jetzt im Süden Europas diesen extremen seismischen Anstieg haben, dass es dann auch hier in dieser Region, wo diese von den Subduktionszonen angetriebene Störungszonen liegen, jetzt geradezu sehr reichen Erdbeben-Hotspots werden. Ja, und deswegen gehe ich davon aus, auch die Santorini-Aniphi-Störung, die ihr hier erkennen könnt, das ist die etwas größere, liegt auch zum Teil damit drin, aber hauptsächlich die Anydros-Störung, wo am südlichen Ende davon auch der Vulkan Kolumbos liegt. Deswegen bin ich mir auch hier noch nicht zu 100% sicher, dass wir hier sagen können, ey, es könnte doch zu einer Aktivierung des vulkanischen Systems kommen und es könnte dann tatsächlich zu einem Vulkanausbruch resultieren, noch dieser Erdbebenschwamm. Stecken wir einfach nicht drinnen. Das sucht sich die Natur selber aus. Ja, und ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall sehe ich hier schon einen gewaltigen Erdbeben-Unterschied vom Erdbeben-Muster her an der Erdoberfläche, weil einige Wissenschaftler können hier an dieser Stelle auch noch keinen magmatischen Aufstieg sehen. Ja, also dieses typische Erdbeben-Muster aus der Tiefe, wo man dann sagen könnte, ey, wir haben wandernde Erdbeben nach oben und hier könnte jetzt tatsächlich Magma im Spiel sein. Aber, wenn man sich das noch mal anguckt, diesen Unterschied von dieser Karte der letzten zwei Wochen und das Foto, was ich vor einer Woche eingeblendet habe, bis vor einer Woche zurück, wenn man sich das mal hier so anguckt, so und so, dann kann man hier wirklich schon erkennen, dass die Erdbeben sich in dem Muster-Durchmesser von Nord-Ost nach Süd-West schon etwas verbreitert haben. Ja, also es wandern jetzt immer mehr Erdbeben auch wieder Richtung Santorini. Der Erdbeben-Schwarm hat ja da, letzten vor zwei Wochen, hat er ja auf der Insel Santorini begonnen und ist dann Richtung Nordosten halt gewandert, so wie ihr das jetzt hier auch erkennen könnt. Dieses Muster legt es eigentlich sehr, sehr schön dar, wie sich dieses Erdbeben-Muster jetzt so in den letzten Tagen verändert hat. Es ist schon gewaltig größer geworden. So, und deswegen gehen jetzt mittlerweile sehr viele davon aus, ups, könnte sich jetzt hier doch ein vulkanisches System aktivieren und es könnte zu einem Vulkanausbruch kommen oder nicht. Deswegen möchte ich das jetzt hier einmal in dem Video ganz genau klarstellen, dass hier keine Hobby-Vulkanologen oder richtige Wissenschaftler angegriffen werden, so dass hier gesagt, ach, ihr labert doch alle nur Mist und bla bla bla. Auch ich bin kein studierter Vulkanologe und beruhe mich rein auf diese wissenschaftlichen Berichte, die veröffentlicht werden. Ich lese so viel, ich arbeite mich wirklich sehr, sehr viel in das Thema rein und deswegen ist es hier wirklich an dieser Stelle sehr wichtig, auch aufzupassen. Das Video ist innerhalb von 20 Minuten fertig, bis zu 20 Minuten. Aber die Arbeit, die davor existiert, seht ihr alle gar nicht. Es ist eine gewaltig große Arbeit und man muss auch aufpassen, was man sagt. Auch von gestern möchte ich mich noch einmal ganz kurz korrigieren zum Thema der Winde, weil wir haben ja festgestellt, dass es einen Rückgang gibt. Ich blende euch gerade die Videos noch mal kurz hier ein. So, und darauf könnt ihr erkennen, dass es hier oben bei der nördlich gelegenen Insel Lemnos, ja, dass es dort einen Rückgang des Meeresspiegels gab. So, und wir haben hier gewaltige Winde, die dazu kamen. Wir hatten hier einen Wind, der aus Nord, Nordost kam und Richtung Süden geflossen ist. Und ich habe das genau vertauscht, weil man benennt, die Richtung des Windes immer aus der Richtung, die er kommt. Das heißt, wenn hier der Wind jetzt aus Norden kommt, haben wir auch Nord oder Nordwest- oder Nordostwind. Ja, und das habe ich verdreht. Deswegen muss man hier immer aufpassen, was man sagt. Also, kleine Korrektur an der Stelle. Und es tut mir leid an der Stelle. So, soweit jetzt erst mal zu dem Thema Erdbeben. Ja, ich habe euch jetzt noch mal das Thema mit der Subduktion erklärt. Ich habe euch Grafiken dazu eingeblendet, dass ihr das ganz genau verstehen könnt. Und ihr habt jetzt noch einmal den Unterschied gehört, warum ich hier noch mehr davon ausgehe, dass wir noch tektonische Ereignisse haben. Weil dies ein Gebiet von gewaltig vielen Störungszonen einfach ist. So, aber, wie gesagt, ich schließe es nicht aus, dass dies auch alles noch vulkanisch werden könnte. Denn es sind massig viele und sehr starke Erdbeben. Alleine die Erdbeben über Magnitude 4 und 5. Ich meine, guckt euch das Spektakel an. Ja, und der Vulkan Kolumbos liegt direkt dabei. Der ist direkt dabei. Außer jetzt der Terra-Vulkan von der Insel Santorini. Der ist jetzt noch ein bisschen außen vor. Aber mir ist schon aufgefallen, dass diese Erdbeben leicht wieder mehr Richtung Santorini wandern. Und dass hier vor allen Dingen die 4er und 5er Erdbeben auch im Bereich des Kolumbos-Vulkans mehr sind. Ja, und deswegen will ich auch hoffen, dass sich das Ganze jetzt erstmal tektonisch, ja, weiterhin so verhält, dass es nicht vulkanisch wird. Und dass es vor allen Dingen so einen großen Spannungsabbau gibt jetzt durch diese vermehrten Erdbeben, dass wir auch kein größeres Erdbeben mehr zu erwarten haben. Ja, dass es nicht zu einem Tsunami hinterher noch kommt. Das wäre nämlich der blanke Horror. Da wären die ganzen Inseln unmittelbar in Gefahr und auch die Insel Kreta hier unten. Das würde wirklich der blanke Horror werden. Ich kann euch hier noch einmal den Tsunami einblenden anhand einer coolen Simulation, die ich von einem YouTube-Kanal habe. Und die möchte ich euch auch einmal ganz kurz hier einblenden und dokumentieren. Hier könnt ihr den Vulkanausbruch von der Insel Santorini von 1600 vor Christus erkennen. Und dadurch hat sich ein gewaltiger Tsunami gebildet. Ja, und der hat hauptsächlich hier im gesamten östlichen Raum, Mittelmeerraums, erheblichen Schaden angerichtet. Ja, und ist dann hier rüber bis zum Libanon, hier bis Israel. Und das hat hier alles in unmittelbarer Umgebung, wo dieser Tsunami hingeflossen ist, eine unglaubliche Zerstörung damals 1600 vor Christus angerichtet. Ja, und das ist wirklich ja, der blanke Horror gewesen. Es gab, denke ich mal, damals noch nicht so viele Bewohner jetzt, ja doch, Meeresnähe glaube ich schon, aber noch nie so viele Einwohner hier am Festland. Ja, auch hier besonders in Israel und überall. So, aber es wurde auf jeden Fall ein erheblicher Schaden dadurch angerichtet. So, und jetzt möchte ich das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr dürft mich gerne, wenn ihr mich und meine Arbeit mit dem Vulkan noch nicht kennt, gerne für euch kostenlos abonnieren. Ihr dürft mir auch gerne eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft abschließen. Ich habe dort drei Stufen erstellt, von 99 Cent rauf bis 4,99 Euro. Das überlasse ich komplett euch, inwiefern ihr mich da unterstützen wollt. Jeder Euro, der reinkommt, zählt. Und die Videoqualitäten können weiter verbessert werden. Ihr dürft auch gerne die Kanäle meiner Partner abonnieren. Einmal den lieben Sven von Vulkan-Tastisch, den lieben Patrick von Apokalyptik-Science und den lieben Marc Seglert von vulkane.net. Auf YouTube nicht so aktiv, aber auf seiner Seite vulkane.net werdet ihr täglich, besonders auch zu diesem Thema, jetzt auf dem Laufenden gehalten. Besonders Vulkanausbrüche sind hier groß im Fokus. Erdbeben und auch sehr starke Unwetter zum Beispiel. Und vor allen Dingen auch aktuelle Forschungsergebnisse. Wie jetzt hier zum Beispiel auch. Es wurden neue Seismografen in diesem Gebiet installiert. Und wenn es dazu neue Ergebnisse gibt, wird Marc euch direkt davon berichten. Ihr dürft auch gerne meine anderen Infoseiten besuchen. Einmal die Seite Vulcano Discovery. Das ist meine Haupt-Erdbeben-Seite, mit der ich arbeite. Daher beziehe ich meine ganzen Erdbebendaten und rund um Top. Und mein Live-Monitoring Global Quake dürft ihr euch auch gerne runterladen. Könnt ihr euch kostenlos runterladen auf der Seite, die ist unten verlinkt. Und die nutze ich jetzt auch aktuell in meinen Livestreams. Und da blendet der Monitor automatisch immer direkt zu den aktuellen seismischen Ereignissen hin. Also es bimmelt, es gibt Alarm und schwenkt sofort dahin. Einfach nur geile Seite. Geiles Monitoring. Danke nochmal an euch an der Stelle da draußen, die Geschäftsführer von Global Quake, dass ich diesen Monitor nutzen darf. Ich bin raus an der Stelle. Macht es gut. Euer Patrick von Lydon Produktion. Auf Wiedersehen. Euer Patrick von Lydon. Vielen Dank.